I wish you had my imagination Herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir, wie gesagt ein Video was eigentlich unnötig ist, denn man müsste eigentlich nur die YouTube Kommentare lesen vom Optimizer Guide, aber anscheinend kriegen das nicht so viele Leute hin und beschweren sich immer, du machst Videos und es klappt nicht und bla 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 und so weiter. Ich habe alles gemacht, wie du es im Video gesagt hast, deswegen gibt es hier so gesehen eine neuere Version des Optimizer Guides, wie ihr euer Game in Optimizer bekommt. Deswegen, wir haben auch hier ein iOS Gerät und ein normales Gerät von Android, also mit Android drauf, damit keiner sagen kann, es klappt auf iOS nicht, es klappt auf Android nicht und so weiter und so weiter. Deswegen kommt auch in dieses Video das gesamte Troubleshooting rein, falls es nicht funktioniert. Deswegen, wir fangen an mit Android. Das erste was ihr braucht ist entweder Windows 10 oder wenn ihr kein Windows 10 habt, könnt ihr auch das im Browser machen. Ich muss gerade gestehen, ich weiß gerade die Website nicht auswendig, wie sie heißt, ich kann aber gerne nochmal selber nachgucken. Optimizer, das ist genau, tools swap.one, das ist die Website. Ja, seht ihr hier oben, falls ihr kein Windows 10 habt. Deswegen, ja, es geht auch für Windows 7 und für Windows XP und für alles, denn es gibt ein Browser-Tool. Ansonsten, wir machen es wie gesagt nicht über den Browser, wir machen das über die Windows 10 Anwendung. Deswegen, wir machen es inzwischen auch nicht mehr mit dem SV Proxy. Der geht zwar, aber er ist irgendwie schwieriger zu finden und ähnliches. Deswegen, wir machen es mit dem sogenannten SW-Exporter. Deswegen, wir klicken hier rein und sehen dann hier diese Meldung mit dem SW-Exporter, bla bla bla. Klicken da drauf, werden hierhin verlinkt und laden uns das runter. Ja, ihr könnt entweder die Portable-Version nehmen, falls ihr kein, ähm, kein, ja, wenn ihr das irgendwie nicht installieren wollt als eine Anwendung, sondern einfach nur eine X ausführen wollt. Oder eben ein Setup, dann wird es ein Programm, was installiert wird. Ganz wichtig hier, wie gesagt, ich muss alles im Video sagen, weil, wie gesagt, die Leute kriegen das nicht hin, ab und zu. Ähm, 64-Bit ist für 64-Bit, 32 für 32. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr habt, dann schaut bei euch nach. Äh, das ist, glaube ich, hier Computer oder so. Computer, dieser Computer eingeschafften. Äh, deswegen, hier seht ihr, was ihr habt. Ja, zum Beispiel, ich habe Windows 10 on Premium und eigentlich müsste ich hier irgendwo stinchen, genau, 24, äh, 24, sag ich schon, 64-Bit. Deswegen, ihr müsst gucken, was ihr, wie gesagt, habt, ja. Wie ihr jetzt dahin kommt, das erkläre ich nicht, weil ein paar Basics muss man schon ein bisschen haben, glaube ich. Ähm, deswegen, wir haben jetzt dieses Tool, ähm, bekommen, haben das uns gezogen. Dann bekommen wir hier dieses schöne Ding. Das tun wir dann starten. Dann dauert es kurz ein bisschen. So, dann haben wir hier diesen sogenannten SW-Exporter. Das ist dieses Tool, damit ihr eure Datenbank in das Game bekommt. Hier oben ist eure IP-Adresse, ähm, die IP-Adresse habt ihr vielleicht sogar auch dieselbe, zumindest 192, 196, 178 Punkt und dann kommt euer, euer PC. Deswegen, ähm, bei mir ist es eben der 38. Slot. Ähm, und zum Beispiel, hier kommt das Erste. Es wird ab, es wird vorgeschlagen 8080. Ja, deswegen erstes Troubleshooting, liebe Leute. Nehmt zum Beispiel 8082 her. Aus dem Grund, weil 8080 durch diverse andere Anwendungen, wie zum Beispiel Skype oder Ähnliches, blockiert werden könnte. Deswegen, nehmt zum Beispiel den. Dann klicken wir Start Proxy. Dann kommt hier so eine Meldung, dass wir irgendwas zulassen. Oh, shit. Dass wir, ach, das ist mir beim Endless Team, wenn man so macht, gell. Ähm, du, du, du. So, dann sagt ihr hier zulassen, bla, bla, bla. Und euer Proxy ist gestartet. Ja. Das nächste, was ihr macht, ist, wir fangen erst bei Android an. Und zwar, ähm, wir sind hier bei unserem Android-Device. Wir gehen in die Settings rein. Wir gehen bei Wi-Fi rein. Na. Hallo. Äh. Hallo. Gerade lag mein Tablet gerade ein bisschen. Mal gucken. Wi-Fi. Ich komme gerade nicht in meine Wi-Fi Settings rein. Hm. Okay. Warte mal, ich beende mal alles. Äh. Close. So. Nochmal. Wi-Fi. Jetzt geht's. Ich weiß nicht gerade, was losgewar bei meinem Tablet. Auf jeden Fall. Erste Nachricht ist, ihr müsst in demselben Wi-Fi sein, wie, äh, so gesehen euer Router ist. Also, ihr könnt nicht irgendwie ein Wi-Fi von einem Kumpel nehmen. Ihr müsst das Wi-Fi nehmen oder das, besser gesagt nicht das Wi-Fi, sondern das Netz. Internetnetz, in dem auch euer PC ist, wo ihr gerade den Proxy laufen lässt. Okay. In meinem Fall habe ich hier Cable und die Powerline. Das Cable ist der Router drüben und die Powerline ist bei mir im Zimmer. Ganz egal, was ihr nehmt, das ist bei euch dasselbe, weil es bei euch dasselbe, über das selbe Netz läuft, ja. Nehmen, wir nehmen hier die Powerline bei mir im Beispiel und bei Android ist es so, ihr müsst länger draufbleiben. Dann kommt so ein Pop-Up. Da sagt ihr Modify Network. Dann sagt ihr, geht ihr hier runter, sagt Advanced Options. Dann geht ihr weiter runter. Dann sagt ihr Proxy. Sagt ihr Manual. Und dann scrollt ihr wieder weiter, 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 weiter und hier bei Hostname. Bei Hostname kommt die IP ein, die wir gerade im SW-Exporter sehen. Das heißt 192.168.178. Unser Host ist 38. Dann gehen wir weiter runter. Dann geben wir den Port ein. 8082 wie gesagt. Sagen Save. Und wir sind connected. Ja, deswegen jetzt läuft unser Game über diesen Proxy. Das heißt alles, was jetzt an Internet Connection kommt, läuft über diesen Proxy. Und dieses Proxy ist wie gesagt dieses Tool. Ja, deswegen wir gehen wieder in Summer 4 rein. Was davor übrigens nicht gestartet werden sollte, deswegen sollte davor das beenden. Und wenn ihr irgendwie ein Handy habt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass bei euch auf mobile Daten und so weiter aussehen. Weil da sonst vielleicht auch mobile Daten zugreifen wird und es dann nicht funktioniert. Okay. Deswegen alles so machen, wie ich das hier auch mache. Ja, deswegen ist Game LED, bla 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 bla, Connecting to Game Server und so weiter. Und ihr seht vielleicht parallel im SW-Exporter, dass plötzlich was passiert. Da kommt ja plötzlich hier zum Beispiel das hier, wurde jetzt erstellt, dieses Profil. Und eigentlich müsste gleich noch ein bisschen mehr kommen. Mal gucken. So, hier sagen wir jetzt Game Start. Sind wieder in unserem Game drin. Und wir haben jetzt hier dieses File bekommen, okay? Und dieses File, das ist jetzt hier. Muss ich kurz überlegen, wo das gespeichert wird, by the way. Äh, weiß gar nicht, Settings. Ähm, hier wird es gespeichert. Deswegen auf dem Desktop. Ja, deswegen schauen wir gerade mal, dass ich das am Desktop herziehe. Ähm. Genau. Auf dem Desktop ist ein Ordner angelegt worden, der heißt, äh, sagen wir mal so Export Files. Das ist dieses File hier, seht ihr vom heutigen Datum. Dann können wir uns das zum Beispiel kurz nehmen und einfach hier reinklatschen. Und jetzt habt ihr euer Optimizer File und das könnt ihr dann einfach hier reinladen. Das heißt, ihr klickt dann hier rein, sagt Pick a File und pickt dann das File eben, was wir jetzt gerade hier rausgefiltert haben. Okay? Dann, dasselbe Spiel auf iOS. Ähm, sehen wir ja oben. Deswegen, wir gehen hier rein, klicken in die Einstellungen. Gerade lagts noch gerade ein bisschen. Warte mal. Äh, wo ist mein... Ja, ist aber hier. Ja, deswegen nochmal. iOS, wir gehen in die Einstellungen rein. Wir gehen auf Wi-Fi Settings. Wir wählen unser Netzwerk aus, wo wir das wie gesagt haben wollen. Klicken drauf. Gehen dann ganz runter bei HTTP Proxy. Configure Proxy. Da klicken wir auf Off. Dann sagen wir Manual. Und dann tragen wir bei Server wieder diese IP ein mit 192 bla bla bla. Und bei Port 8082. Und was dann noch wichtig ist, ist... Ich gebe es mal kurz irgendwas ein. So ist, dass ihr ganz oben safe klickt. Ja, mag ich jetzt nicht, weil das hier Bullshit ist. Aber ihr müsst natürlich auch speichern, weil sonst klappt es nicht. Okay? Und ansonsten genau dasselbe wieder machen. Ja? Es ist genau dasselbe bei iOS wie auch bei Android. Dann noch vielleicht kurz zu... Ähm... Ja, Sachen, wenn es jetzt nicht klappt. Ab und zu kann es wirklich vorkommen, dass es nicht klappt. Das heißt, ähm... Ihr habt euren Proxy eingetragen. Ihr, ähm... Startet das Game. Und es passiert einfach nichts. Ja? Das Bild bleibt schwarz. Es kommt kein Contours-Logo. Und selbst wenn es mal kommt, heißt es, Verbindung wurde fehlgeschlagen. Und es geht nichts. Was ihr dann machen könntest, beziehungsweise der Grund, warum das so ist, ist, dass irgendwie ein... Aufgrund von einer anderen Anwendung irgendwas blockiert ist und deswegen nicht funktioniert. Deswegen. Gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wenn ihr alles so gemacht habt, wie ich gesagt habe, aber es dennoch nicht klappt. Das erste ist, euer Handy neu starten oder Tablet neu starten. Das kann helfen. Das zweite ist, wie gesagt, mobile Daten ausmachen. Das dritte ist, alle Schritte machen, wenn das Game nicht gestartet ist. Das heißt, das Game auch eventuell neu starten. Das vierte wäre in der Tat, auch noch einen anderen Port zu nehmen. Das heißt auch nicht 8082, sondern, was weiß ich, 8090 oder so. Dann, was könnte man noch machen? Was sehr, sehr oft hilft, ist aufgrund dessen, dass eben dann diverse Prozesse auch beendet werden, ist ein kompletter Neustart vom Rechner. Deswegen, das hilft sehr stark in der Tat, weil irgendwie ab und zu irgendwelche Prozesse nebenbei laufen, die das blockieren. Ansonsten, was natürlich logisch ist, in euren Router-Einstellungen muss natürlich der Port auch freigeschalten sein, den ihr für ein Proxy hernehmt. Deswegen 8082 ist standardmäßig freigeschalten, deswegen müsst ihr nichts machen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne 8080 versuchen, wenn ihr kein Skype oder ähnliches am Laufen habt, dann geht das auch. Ansonsten, wüsste ich jetzt gar nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Deswegen, ich hoffe, liebe Leute, dass diese geupdatete Version nun endlich diese ganzen Kommentare wie, ich habe alles gemacht, wie du gesagt hast, aber es geht nicht, geklärt sind. Jedes offizielle Video mit Troubleshooting und wie ihr das alles macht, wie ihr eure Datenbank in Optimizer bekommt. Und ansonsten, alle weiteren Guides, das heißt, wie ihr den Optimizer bedient, was kann der Optimizer, wie tut ihr gescheit runen mit dem, was kann der Optimizer eigentlich alles. Das habe ich auch in zahlreichen Videos erklärt, deswegen unten in der Videoscription sind Videos zum Beispiel dem Thema, wie geht ihr ein FAR an, was bedeutet Efficiency, wie ruht man effizient, welche Priority sollte man sich setzen, wie tut man Presets anlegen, wie tut man nach dem besten Damage-Build filtern und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen, das sind alles Guides, die in der Videoscription verlinkt sind. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Nimm es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen emotional in diesem Video war. Aber wie gesagt, es kommen tagtäglich Leute auf den Stream und vor allem auch bei den FARs, die sagen, ich habe alles gemacht, wie du gesagt hast, aber es geht nicht. Und dann gibt es auch Leute, die schreiben wirklich in den Kommentaren dann auf YouTube rein, naja, nicht so schöne Sachen, wo ich mir denke, wenn du die YouTube-Kommentare mal lesen würdest, würde dir geholfen werden. Aber deswegen gibt es jetzt dieses Video und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es klappt jetzt auch bei euch. Deswegen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Macht es gut und ciao, ciao.